Ja, liebe YouTube-Freunde, was läuft da beim Bauerausi? Wir sind bereits der zweite Tag am Vorbereiten. Heute Nachmittag haben wir ein grosses Hochzeits-Apero. Der ganze Keller ist umgestellt. Tische, alles wurde verschoben, anders eingerichtet. Es gibt dann dort ein Buffet, Buffet Nummer 1. Dann hier, wie immer, meine Bar, die ich auch ausschenke. Und hier haben wir dann das zweite Buffet eingerichtet. So, alles bereit. Der rote Teppich wird erst ausgerollt, wenn das Braupaar kommt. Es regnet leicht. Ja, jetzt ist, was haben wir für Zeit? Zehn vor drei. Zehn vor drei. Amen. So, der rote Teppich ist ausgelegt. Wir warten auf die Gäste. Viertel nach drei. Bereits halb vier. Sie sind immer noch nicht da. Ich musste eine Kappe anziehen, es ist kalt da draussen. Hände, verkritte. Hände. Vielen Dank. Hallo. Merci. Das war's für heute. Jetzt holst du es schon hier, oder? Ja, das ist schon hier. Du brauchst dich im Drücken, und du bekommst dich. Danke. Danke. Alles gut. Danke. Fotoshooting vor dem Keller. Danke.